Unterwegs mit Marco Wir haben den Ton, das wollte ich sagen. Ohne Scheisse. Okay, wir müssen uns zusammenreissen. Du machst es extra. Das stimmt einfach nicht. Du erzählst einfach... Du sagst dich selber, aber nicht dich selber. Das ist laut, ausrölpse extra. Das ist nicht dich selber sein. Man rölpst einfach so laut. So ist es. I really like you. I just really like you. Oh shit. Es ist wirklich cool. Du kannst immer Scheisse machen. Die ganze Zeit. Das sind meine Leute. Wir sind immer so alleine. Die Bahnhofstrasse, wenn jemand uns jemand fragt, sagt er, HACKEN SIE! Jeder, der vor die Kamera kommt, will wirklich vor die Kamera. Und sagt hier etwas. Das hier auch. Ich muss jetzt gehen. Ich muss jetzt gehen. Hi, this is Marco. What happened to the door? This is Marco Schwab. Here in America. You know me. I snowboard. And people actually say stuff like that. Hey, who? Hey, somebody arrest that guy. So, jetzt kommen wir hier bei mir im Trautenheim. In LA. So, da wären wir es. In meinem Zuhause. In LA. Das ist noch wichtig. In LA. Man muss mehr als ein Fahrzeug haben. Hier in LA. Oder? Und dann sieht man es nicht richtig. Aber hier unten ist LA. Ja, in LA. Das ist so schön, das Leben hier.